Ja, um der gesunkenen Stimmung entgegenzuwirken, mache ich jetzt einen gespielten Witz. Das ist, ich kann euch jetzt schon mal versichern, das wird bestimmt die schlechteste Präsentation, die ich je abgeliefert habe. Ich bin vollkommen unvorbereitet, habe katastrophale Slides und das ist gar nicht meine Art. Also muss ich das jetzt alles mit Performance wettmachen und das wird schwierig, weil ich habe irgendwie gefühlt nur eine Stunde geschlafen, bin hoffnungslos durch. Traurig, soviel zu den Disclaimer und Sinnlosen vorabentschuldigungen. Traurig oder ein Jammerbild, was ich abgebe, ist furchtbar. Hallo, das ist sozusagen die Keynote, wie man so schön sagt. Die Schlüsselnote, das was sozusagen euch vorbereiten soll. Und traditionell, das sei jetzt mal für die Neueinsteiger unter euch gesagt, fange ich immer so ein bisschen damit an zu berichten, was denn so passiert ist im Rahmen des Potlav-Projekts. Sprich, hier geht es im Wesentlichen um unsere Fortschritte im Bereich Software und im Bereich Standards. Kann ich gleich vorwegnehmen, da ist nicht so viel passiert. Es wird immer nur die ganze Zeit viel nachgedacht. Und die wesentliche Aktivität ist im Code entstanden. Viel von dem, was so im letzten halben Jahr rausgekommen ist, sind Sachen, die ich hier letztes Mal schon angekündigt habe. Plus noch ein paar andere Sachen. Aber ich werde mal alles nochmal so ein bisschen aufrufen und mal so ein bisschen beschreiben, was da so passiert ist. Und auf was ihr euch so als nächstes freuen dürft, beziehungsweise was ihr schon in eurer Geschenkebox bekommen habt in den letzten Tagen. Wie gesagt, diese Slides sind wahrscheinlich unvollständig. Also erstmal so zum Projekt als solchen. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, dass dieses Team ausgesprochen stabil ist. Da kann man ja nicht unbedingt immer von ausgehen, gerade bei so Open-Source-Projekten, wo jeder so ein bisschen seine Freizeit reinsteckt. Alle arbeiten eigentlich, machen andere Dinge und haben so die üblichen Probleme des Lebens. Das kennt ihr ja mit der Ausnahme von Erik. Der ist immer bester Laune, sitzt da in Malaysia in der Sonne und hackt eigentlich im Wesentlichen die ganze Zeit an den Publisher rum. Das ist sehr nett. Aber was ich damit so meine ist, es ist uns so recht keiner abgesprungen. Ein paar Leute beteiligen sich auch immer wieder mal zwischenzeitlich, so sie die Zeit finden. Und es herrscht einfach eine gute Stimmung. Und das ist ja schon mal ganz gut. Dann haben wir so ein bisschen unsere Arbeitsmittel konsolidiert. Gerade in letzter Zeit haben wir unsere Chat-Kommunikation, die sehr wichtig ist, auf Slack umgestellt. Wer das nicht kennt, ist nicht so wichtig. Das ist so, wo Entwickler gerne quatschen. Aber wir treffen uns halt immer online. Die ganze Zeit hängen wir irgendwie so im Chat. Und es wird einfach die ganze Zeit das Projekt debattiert. Das macht eine ganze Menge Spaß. Es sind natürlich immer so ein bisschen die Zeitzonen immer noch dabei. Wenn ich also morgens aufstehe, renne ich immer gleich erstmal in den Chat und gucke mal, was Erik noch so sagt. Weil ein paar Stunden später liegt er sich dann schon wieder schlafen. Also muss die Zeit genutzt werden. Ja, und was halt jetzt hier auch gleich noch viel Würdigung erfahren wird mit dem Sende-Gate. Das hat ja eine ganze Menge ausgelöst im letzten halben Jahr. Da will ich jetzt aber gar nichts drüber sagen, weil das kommt ja hier im Anschluss sowieso. Bei uns haben wir noch diese Podlove-Community eingeführt, die so heißt, aber noch nicht wirklich eine ist. Ich hoffe, sie wird noch eine. Aber jetzt erstmal zum Publisher. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf die WordPress-Plugin-Seite geschaut hat. Da steht dann, it's magical and it sparkles a lot. Hat Erik irgendwann mal erfunden. Fand ich total super. Und es ist irgendwie wahr. Also das ist wirklich, ich bin immer wieder sehr verzaubert davon, wie diese Software doch so vor sich hin glänzt. Und einfach immer wieder so kleine Raffinessen mit reinbringt. Ich hatte übrigens auch vor, das eine oder andere zu demonstrieren, aber mir ist leider gerade die ganze Meta-Ebene hops gegangen. Und Mechaniker sitzen bereits unter dem Auto, aber es ist vollkommen unklar, ob ich hier irgendwas live demonstrieren kann. Ich befürchte nicht. Techniker ist informiert. Super. Also was ist passiert? Wir haben, wann eigentlich, vor drei Monaten oder sowas, Version 2.0 vom Podlove Publisher rausgehauen. Also es ist jetzt insofern erstmal nichts Besonderes. Klingt ja immer so ganz toll, die 2, nachdem wir jetzt jahrelang nur mit der 1 gearbeitet haben. Aber es gab vorher halt so Releases, so 1.8, 1.9, 12, 13. Es ging immer weiter und hat irgendwie gar nichts mehr ausgesagt. Und jetzt haben wir einfach mal gesagt, okay, erstens nennen wir es jetzt 2 und lassen endlich mal dieses Alpha, was hinten noch an der Versionsnummer dran hing. Weil von der Alpha-Version wird, glaube ich, wirklich schon sehr, sehr weit entfernt. Wenn ich weiß, was eine Alpha-Version ist, das machen halt Softwareentwickler, wenn sie der Meinung sind, so, naja, das ist so in etwa so ein Schattenbild dessen, was man sich so vorstellt. Aber da fehlt halt doch die Hälfte. Und mittlerweile ist es doch eigentlich relativ stabil. Deswegen die 2.0. Und das Ziel ist jetzt, so ein neues Release-Konzept damit auch zu verbinden, dass wir halt jetzt immer, also die 2.1, die jetzt gerade rausgekommen ist, hat dann halt immer Features. Features und die 2.1, 1 hat halt Bugfixes und die 2.1, 2 hat auch Bugfixes und so weiter. Und wenn dann die 2.2 kommt, dann sind wieder Features und so. Dass man also dieser Versionsnummer ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringt vielleicht. Weil viele, wir sehen das ja so ein bisschen an diesen WordPress-Statistiken, haben teilweise noch sehr alte Versionen im Einsatz. Also aus unserer Sicht alte Versionen, 1.9, 1.10 etc. Ich weiß nicht, wer von euch benutzt den Publisher und hat noch nicht die auf Version 2 aktualisiert? Brav. Dann sind das die anderen. Also macht das ruhig. Die Releases sind erstaunlich stabil. Also wir hatten jetzt, ich weiß nicht, Erik hat dieses dicke, fette Analytics-Release rausgekommen, wo wir wirklich mehrere Monate daran gearbeitet haben. Fast ein halbes Jahr. Und es gibt irgendwie keinen Bug-Report. Also es gibt nicht einen einzigen Bug-Report. Das ist wirklich vollkommen absurd. Ich weiß nicht, wer das macht, aber er macht es. Was wir jetzt auch noch eingeführt haben, jetzt mit der 2.1, ist ein neues Support-Modell. Da sage ich jetzt erst mal, sage ich gleich noch mal was zu. Erst mal Features. Also Release 2.0 kam raus. Und das Neue war, dass es jetzt Analytics gibt. Das heißt, es gibt jetzt auch eine Oberfläche, wo man halt die Statistiken sich dann auch wirklich mal anschauen kann. Das Tracking, also das, was tatsächlich die Daten für diese Analytics überhaupt erst erfasst, die sind schon so stumm schweigend von uns vorher reingehauen worden. Wer sich also wundert, dass er immer noch keine Statistiken hat, könnte daran liegen, dass das Tracking nicht eingeschaltet ist. Das ist noch ein bisschen versteckt. Da gibt es so Expert-Settings für Experten und so. Da kann man schnell mal zum Experten werden, indem man einfach das mal einschaltet. Und ab dann werden halt Daten gesammelt. Weiter zurück können wir natürlich nicht gucken, weil erst wenn das Tracking an ist, können wir auch Daten generieren. Also das war jetzt sozusagen das, was bei der 2.0 kam. Die 2.1, die jetzt diese Woche rausgekommen ist, hier sozusagen das Workshop-Release. Das ist, sagen wir mal, eher was für so Leute wie mich, die halt mehrere Podcasts auf einer einzigen WordPress-Installation laufen lassen. Man kann ja bei WordPress nicht nur einen Blog mitfahren, sondern quasi mit einer Installation im Prinzip beliebig viele. Das nennt man dann ein WordPress-Network. Und man muss als Plugin sowas auch mehr oder weniger explizit unterstützen, beziehungsweise man muss nicht nur achten, dass man da kompatibel ist, sondern man kann dann auch überlegen, ob man dann eben bestimmte Features davon nutzt. Und unsere Vision ist halt, wenn jemand mehrere Podcasts macht, dann kann er das mit derselben WordPress-Installation machen. Und wir haben halt jetzt obendrauf quasi noch Features eingebaut in den Podlove-Publisher, mit denen man dann eben auch so alle Podcasts auf einmal auflisten kann und sozusagen wirklich so ein kleines Podcast-Network damit verwalten kann. Also das sind so die großen Sachen, die drin sind. Dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die kann ich jetzt alle gar nicht so aufzählen. Es sind wirklich teilweise wirklich Mini-Änderungen, wo viele darauf gewartet haben. Viele haben gesagt, dass sie bei ihrem bekloppten Shared-Hoster das nicht laufen lassen können. Da gab es so ein technisches Detail. Da hat Erik jetzt so ein Workaround eingebaut. Also wer sich da hat abschrecken lassen wegen so einer Geschichte, nochmal probieren, sollte jetzt irgendwie funktionieren. Und dieses recht populäre Jetpack, was WordPress.com bereitstellt mit diesen vielen Features, da sind wir jetzt auch kompatibel. Das heißt, man kann jetzt auch mal eben, wenn man einen Podcast veröffentlicht, das automatisch twittern, automatisch auf Facebook, auf Tumblr werfen und so weiter. Und hat eben diese Sharing-Funktion quasi for free, wenn man eben parallel noch dieses Jetpack installiert hat. Das unterstützen wir halt einfach mal so nebenbei noch mit. Und wir haben auch so ein bisschen daran gearbeitet. So Feed-Proxys zu unterstützen. Also was ja bisher eigentlich viele verwendet haben, ist sowas wie Feed-Burner von Google. Das ist ja so ein Produkt, wo man so das Gefühl hat, morgen wird es abgeschaltet. Noch ist es nicht passiert, aber es wird sicherlich bald mal passieren. Es gibt frische, neue Dienste, die für Podcaster ganz geeignet zu sein scheinen, wie zum Beispiel Feedpress. Was macht das? Da kann man seine Feeds quasi hinlenken lassen. Die generieren auch Statistiken, Statistiken, die wir teilweise noch nicht machen. Wir haben dafür detailliertere Statistiken, was den Download betrifft. Und das nimmt einem vor allem die Last von dem System. Also ich kann zum Beispiel derzeit bei der Meta-Ebene, wenn ich nicht Feed-Burner benutzen würde, dann geht meine Kiste einfach sofort in die Knie, weil einfach so dermaßen viele Leute da die ganze Zeit diese Feeds ziehen. Da arbeiten wir auch noch dran, dass das schneller und besser wird. Und unter der Haube haben wir halt schon zahlreiche Vorbereitungen für den neuen Podlove-Webplayer vorgesehen. Wir nähern uns da dem Release. Juri, Alexandra, wo seid ihr denn? Da. Ich habe jetzt nicht wirklich was zum Webplayer hier mit drin. Vielleicht sagt ihr einfach nachher nochmal was. Ja? Oder? Ich weiß nicht, aber ihr hattet jetzt keine Session vorbereitet, oder? Nee? Kopfschütteln, okay. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Mir fehlen jetzt leider die bunten Bilder, weil die wollte ich jetzt gerade nochmal von der Webseite generieren. Aber das war es dann mit der Webseite. Was machen wir denn da eigentlich? Download Analytics. Also wenn man dieses Tracking einschaltet, dann zählen wir das, indem wir quasi immer nochmal umleiten. Das heißt, die URLs, die rausgegeben werden, auf die die Programme zugreifen, gehen alle erstmal in den Publisher rein und dann schicken wir sie erst in die richtige Richtung. Und durch diesen Weiterleitungsmechanismus können wir eben diese Anfragen zählen. Und am Anfang war uns nicht so richtig klar, ob das eigentlich wirklich gute Zahlen bringen würde. Der andere Ansatz ist ja, dass man quasi hinten rum guckt, dass man da schaut, wo die Downloads tatsächlich stattgefunden haben. Wir zählen, bevor sie stattfinden. Deswegen sprechen wir genau genommen auch von sogenannten Download Intents. Also da hat jemand vor, herunterzuladen. Niemand hat vor, diesen Podcast herunterzuladen. Und wir waren uns gar nicht so sicher, ob das belastbare Zahlen ergibt. Es macht aber tatsächlich den Eindruck, dass es sehr wohl sehr belastbare Zahlen bringt. Wir versuchen das zu vergleichen mit so Backend-Statistiken und bisher gab es noch keine Überraschungen. Also das scheint alles ganz sinnvoll zu sein. Dann kann man sich dann in diesen Analytics in der Oberfläche aufschlüsseln lassen. Und wir unterscheiden halt so die Dinge, die man eben unterscheiden kann. Das ist im Wesentlichen das Betriebssystem. Okay, das kann man so im Wesentlichen, also immer vorausgesetzt, die Clients lügen nicht. Da habe ich gleich noch mal was zu sagen. Dann natürlich die Clients. Also welches Programm versucht gerade hier einen Podcast herunterzuladen? Das Drama ist, wenn man sich sowas dann erstmal anschaut, das ist so ein bisschen wie mit dem Internet Explorer. Als Microsoft mit dem Internet Explorer rauskam, dann haben sie auch nicht gesagt so, ah hier, lieber Web-Server, ich bin der Internet Explorer. Sondern sie kamen an mit, ja, ich bin ja eigentlich Netscape Navigator. Und dann irgendwo in Klammern, ne, eigentlich bin ich ja doch Internet Explorer. Und wenn man sich heute so diese sogenannten User-Agent-Strings anschaut von Web-Browsern, dann wird man wirklich bekloppt so. Ja, hallo, ich bin eigentlich Netscape Navigator. Ne, war nur Spaß, eigentlich bin ich ja der. Ne, der bin ich aber auch eigentlich nicht. Und dann immer Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf. Und immer so totale Kaskaden von Versteckungen, was man denn nun eigentlich ist oder nicht ist. Das ist also wirklich absurdes Spiel. Bei den Podcast-Clients ist es ein bisschen ähnlich. Oder man hat so das Problem, dass irgendwelche Podcast-Apps zum Beispiel unter iOS einfach vergessen, dem Betriebssystem zu sagen, wer sie sind. Und dann haben wir da nur so eine generische, ja, ein Programm, was auf einem iPhone läuft. Also genauer kann man es teilweise gar nicht unterscheiden. Wir sind so ein bisschen dabei, den Client-Developern zu sagen, dass sie doch bitte mal darauf achten sollen, dass sie auch ordentliche User-Agent-Strings abliefern, weil sonst kann man es halt einfach nicht zählen. Übrigens, wer unter euch immer so ganz energetisch ist und mal Bock hätte, mal so ein Projekt zu machen, was so separat ist, hier wäre zum Beispiel mal so eine kleine Mini-Webseite zum Sammeln von solchen Client-Strings ganz hilfreich. Da habe ich irgendwie eine pfiffige Idee und das müsste man nur mal machen. Du sagst das immer. Ich sag das immer, na klar. Das ist meine Methode. Es kommen ja auch immer welche Leute, die meinen, dass sie das nur mal eben machen, aber dann passiert es halt immer nicht. Dann können wir noch unterscheiden die Source, also wo kommt dieser Link eigentlich her, den wir da vorgeworfen haben. Da kann man dann zum Beispiel unterscheiden, ja, das war jetzt der Web-Player, das war der Feed und so kann man halt schon mal grundsätzlich unterscheiden, benutzen die Leute eher den Web-Player auf der Webseite, benutzen die den Feed. Solche Sachen lassen sich dann eben trennen und etwas, was wir den Download-Kontext nennen. Das heißt, ich weiß halt auch, ist es der Web-Player auf der Homepage, ist es der Web-Player auf der Episodenseite oder sonst irgendwo oder bei den Feeds entsprechend welcher Feed. Ja, also ist das jetzt über diesen einen Feed oder jenen Feed, wenn man da so mehrere hat. Das können wir alles unterscheiden und das kann man sich dann anschauen. Was wir derzeit noch nicht aufschlüsseln, ist Geolocation. Die erfassen wir aber tatsächlich schon. Also das schlummert schon in der Datenbank, das ist bloß noch nicht im User-Interface gelandet. Das heißt, in Zukunft könnt ihr halt auch sehen, wie viele Hörer ihr in Nordkorea habt oder so. Sehr viel hat sich auch getan im Bereich von den Templates. Das ist diese kleine Skript-Sprache, mit der man eben die Inhalte der Webseite schön generisch machen kann und wo man diese ganzen Daten, die man so in den Episoden und so weiter ablegt, programmatisch ins Web bringen kann oder auch in den Feed. Da gab es viele Detailverbesserungen, die jetzt aufzuzählen Quatsch wären. Da waren auch viele Bugs drin und es gehen jetzt einfach immer noch mehr Features. Ich wollte euch noch ein cooles Feature zeigen, geht aber gerade nicht. Aber nur mal so als Ausblick. Ich habe jetzt mal so testweise ein Template geschrieben, wo ich eine lange Tabelle machen kann, wo jede Episode der Freakshow ist eine Zeile und ich habe eine Spalte für jedes Teammitglied und ich kann einen Haken an der Stelle machen, wo wer in welcher Sendung war. Sowas zum Beispiel. Sowas kann man jetzt irgendwie ganz elegant mit den Templates machen durch diese Verbesserung. Auf dieser Podcast-Network-Ebene haben wir jetzt auch die volle Unterstützung mit diesen Templates. Das heißt, man kann sich übersichten. Hier sind alle meine Podcasts. Hier sind die letzten Sendungen aller meiner Podcasts. Oder hier sind über alle Podcasts hinweg sortiert die letzten Ausgaben, wie ich das auf der Meta-Ebene schon länger drauf habe. Da habe ich bisher immer ein anderes Plugin benutzt. Das macht jetzt auch der Publisher. Also diese Listen sind sozusagen meine Zusammenstellungen meiner Podcasts, die ich in meinem Network habe. Ist hier irgendwie der Akku alle? Der müsste voll sein. Maybe it's me. Wackelkontakt. Genau. Globale Episodenübersicht und da geht immer noch mehr. David hat es schon erwähnt. Er macht ja jetzt gerade so einen schönen Screencast-Podcast, wo man mit Templates rumspielen kann. Da gibt es halt jetzt viel neues Futter, was man damit irgendwie machen kann. Ja, das sind eigentlich so jetzt die großen Neuerungen, die jetzt schon tatsächlich released sind. Ich sage gleich nochmal, was es Neues gibt. Was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist, dass wir den Support ein bisschen umstellen. Also wir haben jetzt so ein neues Support-Modell und trennen jetzt die einzelnen Systeme ein bisschen klarer auf. Das heißt, wenn euch jetzt ein Bug passiert, wie bisher auf GitHub, also das sind so wirklich die technischen, ich habe da einen Bug gefunden. Manchmal denkt man, man hat einen Bug gefunden, es ist nur was anderes, dann kann das natürlich da auch hin. Aber alles, was jetzt so allgemeine Hilfestellung ist mit, ich weiß nicht, wie ich das einschalten kann oder es sieht jetzt so aus, aber ich hätte es gerne anders und kann man das nicht irgendwie drehen und habe da nicht mal einen Tipp und sowas. Sowas möchten wir jetzt nicht mehr in diesem Bug-Tracker haben, damit wir einfach klarer unterscheiden können von, hier gibt es wirklich ein funktionelles Problem, dem wir Herr werden müssen versus, hier gibt es eine Anfrage, wo einfach nur Wissen geteilt werden muss. Und wir haben halt auf derselben technischen Basis, tatsächlich auch auf demselben Server wie das Sendegate, auch so ein Discourse-System aufgesetzt. Das ist halt diese Podlove-Community, das ist also quasi so ein Webforum, wo man gerne auch in Deutsch fragen kann, aber was explizit jetzt in Englisch daherkommt, um eben alle möglichen Leute dazu zu animieren, dort über den Publisher oder Podlove an sich zu diskutieren. Also eben solche Support-Fragen zu machen, mit der Hoffnung, dass sich da eben so eine gewisse Community entwickelt über die Zeit, die sich vielleicht dann auch gegenseitig hilft, damit Erik vor allem auch so ein bisschen die Hände frei hat und sich nicht mit solchen Support-Sachen rumschlagen muss. Und zusätzlich gibt es jetzt von ihm auch noch professionellen Support, das heißt bezahlten Support. Es gibt auch eine neue Webseite, publisher.podlove.org, also wenn die Meta-Ebene wieder läuft, dann gibt es die. So ein etwas schmuckerem Design und wo halt mal die Features erklärt werden, das ist dann quasi auch so die URL, wo ihr die Leute mal hinzeigen könnt, wenn ihr sagt, ja hier installiert mal den Publisher, dann ist das quasi so die erste Seite. Und auch dort kann man dann halt sehen, wie man da bezahlten Support bekommt. Bezahlter Support, erkläre ich gleich nochmal, heißt im Prinzip nur, dass man da so definierte Antwortzeiten hat und extensive Hilfe bekommen kann. Also Community, habe ich schon gesagt, ist halt dieses Diskurs-basierte System und da sollen wir halt allgemeine Diskussionen, aber auch so Releases. Also zum Beispiel immer, wenn es ein neues Release gibt, dann gibt es dort ein neues Posting mit den ganzen Change-Logs und das ist so der richtige Ort, wo man sagen kann, so ja hier, das steht im Change-Log, was heißt das? Ja, was ist damit gemeint, was kann ich damit machen? Dann kann man sozusagen direkt an diesem Release-Posting anfangen mitzudiskutieren. Jetzt läuft gerade wieder was, sagst du? Anscheinend. Ja, die ist auch noch aktuell. Also für mich ist halt, Sendegate ist halt eher, sagen wir mal so, unser deutscher Kram und Potluck-Community habe ich jetzt einfach mal aufgesetzt, weil ich wollte jetzt nicht alle jetzt mit ihren englischen Sachen da noch hinschicken und dann ist die ganze Benutzerführung in Deutsch und so weiter, das hätte einfach nicht verfangen und ich finde, das hat auch nochmal einen anderen Kontext. So, Sendegate ist sehr viel mehr schon eine gewachsene Community, Potluck-Community ist halt eher so das Versprechen einer Community, aber vor allem erstmal so ein Ort mit dahin, wenn es um Potluck geht oder allgemein vielleicht auch Podcasting-Fragen, aber im Wesentlichen halt alles nur, was unser Projekt betrifft. Ja, dieser Bezahl-Support gibt es in drei Ausführungen. Fängt an mit so einem 5 Euro pro Monat Ding, also wer sowieso schon regelmäßig spendet oder das schon immer mal haben wollte, ich bin der Meinung, das ist sehr viel besser hier aufgehoben. Das hat für euch auch den Vorteil, dass wenn ihr wirklich jetzt mal ein echtes Problem habt, wo ihr nicht weiter wisst oder einfach Lösungsvorschläge braucht oder vielleicht auch irgendwas kaputt gegangen ist und ihr seht nur noch lachende Männchen auf dem Bildschirm und es ist vollkommen unklar, ja, das wäre dann sozusagen der richtige Ort. Und wenn euch die 5 Euro halt nicht wehtun, dann ist das eben eine direkte Finanzierung von Erik und dann läuft das nicht immer diesen Umweg über mich. Davon würde ich halt ganz gerne wegkommen. Wir müssen halt mal gucken, wie gut das kommt. Wer einen Podcast professionell macht, also vielleicht wirklich so einen Auftragspodcast hat oder in anderer Form irgendein Funding, der soll sich doch überlegen, ob man nicht vielleicht für 15 Euro dann auch in so einen Business-Support reingehen kann. Was ist da anders? Da gibt es dann zum Beispiel auch sowas wie Remote Access. Das heißt, ihr könnt dann Erik einen Account machen in dem System und wenn es halt Probleme gibt, muss man die nicht stundenlang schildern, sondern man sagt einfach, hier, da geht was nicht, kannst du mal gucken. Dann lockt er sich da schnell mal ein, guckt, ah ja, hier klack, musst du da einschalten, zack, bumm, läuft wieder. Das finde ich ist eigentlich ein ganz korrektes Angebot und für Leute mit zu viel Geld, beziehungsweise mit großen Podcast-Networks. Also wo man so eine Multi-Site-Installation hat, wo jetzt wirklich viele oder zumindest mehrere Podcasts drin sind oder auch wenn man vielleicht so ein Dienstleister ist und anderen Kunden solche Installationen aufgespatzt hat oder für sie installiert hat und dort betreibt auf anderen Hosts, dann wäre das so ein One-Size-Fits-All-Deal, wo man sagt, ich verdiene mein Geld damit, hier Podcast-Beratungen zu machen, aber ich will mich selber absichern, dass wenn es damit ein Problem gibt, dass das dann eben auch schnell gelöst werden kann. Weil dann kann ich meinem Kunden zusichern, wenn es ein Problem gibt mit dem Podcast, innerhalb von 24 Stunden gibt es eine Antwort dazu und dann werden Maßnahmen ergriffen. Weil das ist das, was Erik halt garantiert bei diesem Support, dass man einfach innerhalb von 24 Stunden eine Response kriegt und dass da irgendwie was läuft. Dazu hat er noch so ein Ticketsystem aufgesetzt, das läuft dann also wirklich so wie professioneller Support, per E-Mail hin und her etc. Und dann eben auch nicht öffentlich, das heißt, da kann man auch für private Podcasts kommunizieren. Wer will jetzt schon mit einem firmeninternen Podcast anfangen, auf GitHub irgendwelche Problemfälle zu beschreiben? Das geht halt auch nicht und deswegen gibt es hier dann auch einen entsprechenden privaten Kanal. Und grundsätzlich könnt ihr ja mal überlegen, ob es nicht irgendwelche Firmen gibt, für die ihr gerade Podcast-Projekte macht, die einfach bereit und in der Lage wären, so einfach so eine Support-Gebühr einfach unter allgemeine Serverkosten einfach mit abzudrücken. Das hilft einfach dem Projekt enorm und Erik will halt wirklich Full-Time dran arbeiten und vor allem richtig Full-Time dran arbeiten. So im Sinne von fünf Tage die Woche wirklich zack, 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 die ganze Zeit nur Publisher und dann kommt nämlich der ganze Kram viel schneller. Damit ihr tolle neue Features kriegt. War da gerade eine Frage da hinten? Der Business Premium Support in Gold Edition, 55 Euro. Ja, gibt es auch noch ein Rosé-Gold, glaube ich. So, kommen wir zu den leeren Versprechen. Es sind nämlich auch so ein paar Wiederkehrer dabei, die ich das letzte Mal schon erzählt habe. Aber es ist halt immer so, wir diskutieren halt eigentlich die ganze Zeit, was müsste es eigentlich geben? Und dann diskutieren wir immer wieder, was wollen wir davon als nächstes machen? Und diese Reihenfolge, die gerät immer wieder durcheinander. Dinge schieben sich nach hinten, dann sehen wir, ah, das wäre aber viel besser, wenn wir das zuerst machen. Also, was wirklich in welcher Reihenfolge gemacht wird, das ist immer so ein bisschen offen. Aber so mit aufsteigender Wahrscheinlichkeit präsentiere ich halt jetzt so die Sachen, über die wir so als nächstes nachdenken. Ziemlich sicher eine der allernächsten Sachen, die angegangen werden, ist das Image-Caching. Derzeit haben wir noch so ein bisschen dieses Problem. Das kennt ihr ja so alle Bilder, die man angibt, da muss man immer URLs reinwerfen und so. Also das ganze Handling von Bildern ist ein bisschen schwierig. Und vor allem ist es blöd, wenn ich jetzt hohe Auflösungen brauche an manchen Stellen. Aber an manchen anderen Stellen brauche ich keine hohe Auflösung. Sagen wir mal, ich habe jetzt mein großes Podcast-Image hier schön, iTunes-kompatibel, 1400x1400 Pixel. Ja, nicht so viel Kompression, damit es auch schick aussieht. Da sind das halt schon mal so 200, 300 Kilobyte. Und wenn man dann aber irgendwo so eine Liste hat, wo dann nur so ein 32x32-Pixel-Bild eigentlich vollkommen ausreicht, aber ich ballere dann gleich 10 oder 20 von diesen Bildern da rein, dann lädt halt die Seite lang und so weiter und so weiter. Außerdem, was man damit derzeit noch gar nicht machen kann, ist halt Unterstützung für so Retina-Displays, wie man so schön sagt, also zweifache, dreifache Auflösung, dass man so optional dem Client sagt, in welcher Auflösung brauchst du es dir? Ich habe hier drei Varianten, such dir die aus, die du selber brauchst. Muss ich dir ja nicht sagen, weißt du ja selber besser als ich. Das kann man halt derzeit nicht machen. Und deswegen werden wir so einen Image-Caching-Mechanismus einbauen, mit dem man halt die Image-Assets, also zum Beispiel Episoden-Bilder, die normalen Podcast-Bilder oder eben auch die Avatare, alle lokal gecached bekommt und die werden dann immer für den jeweiligen Bedarf in der Größe automatisch runtergerechnet oder hochgerechnet und in der Größe auch gecached, sodass also Ladezeiten sich deutlich verbessern dürften, man eben deutlich bessere Anzeigequalität hat, weniger Bandbreite da auffrisst und so weiter. Und wie gesagt, dieser ganze Retina-Kram ist dann halt auch automatisch mit drin. Das ist einfach so ein Feature, das hat schon ein bisschen gefehlt. Wo wir noch nicht ganz so wissen, wie das geht, da gucken wir gerade, ist inwieweit man diese Mediathek, diese Bildermediathek von WordPress mitbenutzen kann. Dass man vielleicht wirklich mal so da Bilder, Avatare da einfach so mit Dreck und Drop reinzieht, so wie man das eigentlich haben will und nicht dusselig auf den eigenen Server hochladen und dann die URLs. Weil da wissen wir, das ist ein bisschen kompliziert, aber das hatte alles seine Gründe, teilweise sogar gute. Aber das soll halt einfacher werden. Überhaupt wollen wir so im Bereich einfacher, wissen wir, da gibt es einfach noch eine ganze Menge Sachen. Aber vor allem fragen ja immer alle nach Features, Features, Features. Also machen wir weiter mit Features. Ja, das ist so ein Ding, das kündige ich jetzt schon seit drei Jahren an. Shows, was heißt das? Ein Show ist eine Variante meines Podcasts. Also man kann ja zwei komplett unterschiedliche Podcasts machen, aber häufig hat man ja auch, ich habe hier so einen Podcast und innerhalb dieses Podcasts gibt es so verschiedene Ausprägungen. Das Interview, das Gespräch, die große Runde, ich laufe allein mit meinem Rekorder durch den Tunnel, ja, und man will halt da immer eine eigene Show machen, hat vielleicht andere Moderatoren und so weiter, aber die einzelnen Formate hängen alle irgendwie thematisch, organisatorisch so weit zusammen, dass man jetzt nicht sagt, das sind jetzt komplett separate Podcasts. Trotzdem geht es aber so weit, dass es ein Interesse gibt, für manche Leute das eine zu hören und nicht zu hören. Bestes Beispiel ist Holgi mit seinem Vrind-Universum, wo irgendwie alles ist immer irgendwie Holgi, und es lohnt nicht, das groß auseinanderzufächern, aber es gibt halt so verschiedene Serien, nicht wahr, kennt ihr ja alle, er hat aber mittlerweile irgendwie zwölf oder so verschiedene Kategorien, glaube ich, von Sendungsformaten, will das aber nicht in separate Podcasts aufteilen. Und Shows sind unsere Idee, wie man das dann eben auch machen kann. Wenn man derzeit andere Plugins benutzt, dann gibt es da so Hacks, dann macht man das über Kategorien und so, bloß Kategorien sind ein bisschen schwierig, weil genau genommen Kategorie heißt ja, kann in der einen Kategorie sein, kann aber auch in der anderen Kategorie sein. Und das passt natürlich hier gar nicht, weil eine Show ist halt entweder die Show oder die Show, und kannst nicht gleichzeitig eine Show, die zwei Shows sind, machen. Das heißt, wir bauen explizit ein Feature ein, was halt die, es ist die eine Show oder es ist die andere Show. Und man kann halt beliebig viele Shows anlegen, und wenn ich einen Podcast veröffentliche, sage ich, das ist jetzt die Show. Oder das ist die Show. Und optional kann man dann eben minimale Änderungen in der Außendarstellung machen am Podcast. Das heißt, man kann einen anderen Titel angeben, man kann einen anderen Untertitel angeben, man kann eine andere Beschreibung angeben, und man kann ein anderes Podcast-Image angeben. Fertig. Das ist alles. Also wir haben, die ursprüngliche Idee war wirklich viel mehr so komplett separate Podcasts, alles in einer Seite. Aber das skaliert irgendwie nicht. Und das macht die Sache auch sehr kompliziert. Auch so mit Templates, wenn man damit arbeitet, das würde einfach viel zu kompliziert werden. Deswegen wollen wir das jetzt auf so minimalste Art und Weise umsetzen. Ich hoffe, dass das bald stattfindet. Aber man kann dann halt auch für jede Show einen eigenen Feed machen. Muss man auch nicht machen. Man kann sagen, ja, hier gibt es das. Ich unterscheide diese Shows. Das kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel in der Präsentation auf der Webseite das einfach nur unterscheiden möchte, dass ich da mit anderen CSS, anderen Hintergrundfarben oder ein anderes Cover und so weiter. Aber die Leute sollen trotzdem immer nur den einen Feed abonnieren, damit ich da sozusagen nur einen Platz an der Sonne habe in iTunes. Aber wer es halt lieber separat aufteilen will, kann es so machen. Und wie Holgi das dann zum Beispiel auch macht, meinetwegen auch noch den Gesamtfeed, wo dann alle Shows drin sind für Leute, die keinen Bock haben, alles einzeln zu abonnieren. Kann man auch machen. Kann man das machen. Demnächst auch mit dem Publisher. Ja, und genau. Dann kann man halt so CSS und so weiter sich lustige Templates einfallen lassen. Ich denke, das wird nicht so schwer sein, das da reinzubekommen. Ein paar Fallstricke gibt es wahrscheinlich. Aber das ist schon etwas, was wirklich sehr oft nachgefragt wird und manche Leute davon abgehalten hat, mit dem Publisher zu arbeiten. Ja, dann schon angedeutet, Analytics sollen aufgebaut werden. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wann das stattfindet. Derzeit haben wir ja so eine Einzelansicht. Also man kann sich so eine Episode anschauen und die kann man dann gucken, wer hat denn das runtergeladen und so weiter. Aber wenn man halt wissen will, welche Clients werden denn insgesamt für meinen kompletten Podcast über alle Episoden verwendet? Welche Betriebssysteme kommen zum Einsatz? Wie oft wird ein Feed benutzt? Über alles. Das gibt es derzeit noch nicht. Deshalb hat man das immer nur für eine Episode. In Zukunft werden wir das so umbauen, dass man halt für den ganzen Podcast oder auch für eine beliebige Kombination von Episoden und dann eben auch für eine beliebige Kombination von Shows zum Beispiel sich das anschauen kann, dass man also das machen kann. Diese Analytics sind sowieso so gedacht. Also auf der einen Seite erzeugen sie halt so das, was einem meisten interessiert. So hat so und so viele Downloads. Wir haben es vor allem auch so gemacht, um einfach ein besseres Verständnis über die Nutzung des Podcasts zu bekommen. Kommen die Leute mehr über die Webseite oder kommen die Leute mehr über Podcasts? Habe ich nur Leute, die iPhones haben oder benutzen die irgendwie alle Windows? Wir lernen jetzt auch schon eine ganze Menge, zum Beispiel, wie unterschiedlich die Nutzung von Podcasts überhaupt ist auf verschiedenen Betriebssystemen. Wenn zum Beispiel unter iOS fast alle irgendwie mit Podcast-Clients arbeiten und bei Android zumindest viele, benutzt zum Beispiel unter Windows fast keiner einen Podcast-Client. Ich habe mir die Podcast-Clients mal angeschaut unter Windows. Ich weiß auch, warum sie das tun. Es ist also gelinde gesagt ein Debakel. Außer iTunes, und das lässt ja schon stark zu wünschen übrig, gibt es eigentlich unter Windows gar nichts Ordentliches. Also es ist wirklich ein Drama. Unter Windows, nein. Unter Windows Phone. Ja, ich rede von Windows. Ah, sorry. Richtig, das alte, was sie früher verwendet haben. Ist es raus? Nee, das haben die angekündigt, dass sie es machen wollen. Ist es released schon? Oh. Ich glaube, seit zwei Tagen noch. Ah, okay. Gut, dann müssen wir das noch. Ja, also solche, und interessant ist auch immer so die Linux-Geschichte, weil da kommen dann immer so Clients, von denen man noch nie was gehört hat. Also vollkommen obskure Software, wirklich, die mir ein komplettes Rätsel ist, die man sich auch teilweise irgendwie nicht finden lässt. Noch schlimmer ist das übrigens bei Windows Phone. Also da gibt es Clients, die haben noch nicht mal eine Homepage. Das ist vollkommen absurd. Ja. Netzwerkstatistiken. Also wir können natürlich diese ganzen Abrufzahlen auch hochrechnen auf Bandbreiten. Das machen wir derzeit noch nicht, so dass man sagt, ja, so und so viele Downloads von dieser Datei, die so groß ist, da kann man dann ausrechnen, ja, wahrscheinlich war dein Traffic so. Das ist dann nicht die Traffic-Zahl vom Provider, aber man weiß zumindest, was man so erwartet, wie der Traffic eigentlich sein müsste. Und wenn es da große Abweichungen gibt, dann gibt es entweder noch einen anderen Grund oder unsere Software stimmt nicht. Und schon angedeutet, Geolocation muss da halt noch mit rein, dass man eben wirklich dann auch so detailliert sagen kann, zeig mir die Windows-Nutzer aus Nordkorea, die und so weiter Feeds benutzen. Was wir eigentlich jetzt in der Roadmap-Fest auch drin hatten schon und demnächst angehen wollten, wo ich aber gerade ein bisschen bereit bin, das nochmal zu diskutieren, ist Feed-Tracking. Man will ja nicht nur die Downloads wissen, sondern was ich persönlich noch viel interessanter finde, ist, wie viele Abonnenten hat man denn eigentlich auf den Feeds. Das muss da eigentlich noch mit rein, bloß da kann man halt, wenn man sowas wie Feedpress benutzt, sehr viel schneller derzeit zum Ziel kommen und hat auch noch den Vorteil, dass einem diese ganze Feed-Abruf-Mechanik abgenommen wird, was einfach eine Menge Traffic spart, also auch eine Menge Last vom System nimmt. Deswegen würde ich eher dazu raten derzeit, solange wir das nicht drin haben. Wir müssen auch noch ein paar Performance-Optimierungen machen und ich bin mir eben noch nicht so sicher, wie da so der Gewinn ist. Aber im Prinzip wollen wir natürlich dann dieselbe detaillierte Auswertung für Feeds auch machen, dass man halt wirklich sagen kann, wie ist meine Abonnentenzahl über die Zeit, wie groß ist da wiederum der Windows-Anteil und so weiter. Also dass man im Prinzip genau dasselbe runterbrechen kann, wie bei den Downloads auch, eben auf das Abrufen der Feeds. Da muss man halt technisch anders vorgehen, als bei den Downloads. Aber im Prinzip ist uns das jetzt auch schon etwa klar, wie man das machen müsste. Also noch nicht ganz klar, wann es kommt, aber es ist definitiv auf der Liste und es hilft übrigens immer, wenn ihr nach sowas auch fragt. Also wenn bei uns jemand aufschaut und sagt, hier, wieso gibt es Feature X nicht? Irgendwann merken wir das, dass es da halt auch einen Bedarf gibt und das führt schnell auch mal zur Prioritätenänderung in der Entwicklung. Grundsätzlich, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wann wir das umsetzen können, aber wir haben immer gesagt, wir warten da mal bis Version 2, dann sind wir ja stabil genug und können das vielleicht mal einführen. Wir wollen halt das Ganze auch mal ordentlich lokalisieren, dass es zum Beispiel auch mal ein deutsches User-Interface gibt für den Publisher. Englisch liegt ja auch nicht unbedingt jeden, japanisch, zyngonisch, was auch immer. Also da öffnen wir dann sozusagen die Plattform und dann können andere Leute solche Übersetzungen machen. Das geht eigentlich bei WordPress ganz gut. Muss man halt in der Software den Code ein bisschen überarbeiten. Wir wollen auch die ganzen Hilfetexte nochmal überarbeiten und wir werden auch so moderne Hilfesysteme, die WordPress bietet, mit einbauen. Zum Beispiel diese Guided Tours, die WordPress selber teilweise bei Updates verwendet, wo man sich dann so wirklich durch das ganze User-Interface führen lassen kann. Gerade für First Install könnte man das zum Beispiel machen. Das ist wirklich so, jetzt gehst du mal da hin, jetzt gehst du mal da hin und dann hat man dann immer so ein Pop-up und das erklärt. Hier, guck mal, und da musst du das eintragen. Wenn du damit fertig bist, dann gehst du zum nächsten. Da muss man noch ein bisschen mit rumspielen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Arbeit. Aber das Gute ist, da muss man jetzt das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es ein gutes Subsystem, wo man sich reinklinken kann. Naja, und generell wollen wir so ein bisschen das User-Interface überarbeiten. Da sind wir eigentlich ja immer irgendwie so ein bisschen am Zwirbeln. So richtig unglücklich bin ich noch nicht. Was aber relativ bald kommen wird, Alex sitzt da schon dran, diese Kapitelmarkeneingabe. Wo man derzeit dann noch so steril diese Textdinger da einbaut. Das ist mir auch selber ein Rätsel, warum wir das eigentlich immer noch so haben. Das wird halt demnächst so eine klickbare Liste ersetzt werden, so wie man das von den Kontributoren schon kennt, beziehungsweise wie man das bei Auphonic auch macht, dass man einfach Kapitel da besser eingeben kann. Und dann werden wir die Kapitel auch anders speichern und dann kann man zum Beispiel auf die Kapitel auch in den Templates zugreifen und das auch alles irgendwie schick einbauen und Übersichten machen und so weiter. Das wird bestimmt noch ganz putzig. Auch schon ein bisschen länger von Träumen, aber immer wieder von Abkommen, weil es was Wichtiges gibt, es sind so Notifications, also Dinge passieren, wie ein Podcast wird veröffentlicht, was passiert dann, dass wir dann vielleicht so die Funktionalität einbauen, dass man dann mit dem Template automatisch eine E-Mail zusammenbauen kann und Leuten automatisch eine Mail schicken, zum Beispiel an die Hörer. Da gibt es ja auch schon so andere Plugins, die das machen. Gut, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Was mir persönlich viel wichtiger ist, ist das Teilnehmer-Benachrichtigungs-Feature. Ihr kennt das alles, so dieser Klassiker, so, ja, wann kommt denn der Podcast dann raus mit dem Interview, was du mit mir gemacht hast? Ja, irgendwie nächste Woche irgendwann, ich schicke dir dann eine Mail. Ich finde, das ist wirklich etwas, was man automatisieren kann, dass die Leute einfach eine Mail kriegen und sagen, hier, unter dieser URL, zack, 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 kann man dann vielleicht noch mit so einem Time-Delay machen, dass die Mail irgendwie erst einen halben Tag später rausgeht oder so, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man das Ding nicht zurückziehen muss. Auch schon ganz lange auf meiner Wunschliste, nämlich eigentlich schon von Anfang an, weil ich grundsätzlich ein Fan von solchen Systemen bin und ich glaube, das könnte uns hier auch eine Menge helfen, ist so ein Konfliktsystem. Das heißt, wir wollen so automatische Erkennung von Konflikten machen. Was heißt das? Wenn man Fehler einer Konfiguration hat oder einem irgendwas wegbricht aus irgendwelchen Gründen, dann soll durch so einen regelmäßigen Sanity-Check das System immer wieder feststellen, da stimmt doch was nicht. Was weiß ich. Aus irgendwelchen Gründen ist keine Dauer angegeben bei der Episode. Und dann fehlt die und dann dreht der Webplayer durch oder es steht irgendwie nicht auf der Webseite oder man will das halt grundsätzlich haben, damit die Leute vor dem Download schon sehen können, wie lang die Sendung ist. Sowas findet man natürlich nicht, es sei denn, man guckt zufällig mal da hin. Aber so ein Konfliktsystem kann halt sagen, eigentlich sollten ja hier überall welche drin sein. Warum ist denn da nichts? Warnung. Und dann hat man einfach so eine Seite, wo einfach all diese ganzen Feststellungen, was unter Umständen nicht in Ordnung ist, mal aufgeführt wird und wo man sich vielleicht mal drum kümmern könnte. So wie dieses große Werbeplakat von der Polizei, was wir vor ein paar Jahren in Berlin gab. Wenn was nicht stimmt, ruf an. Modulbasiert wäre so ein System, das heißt, jedes Modul kommt so mit seinen eigenen Constraints, also immer wenn wir ein neues Feature hinzufügen, fügen wir nicht nur das Feature hinzu, sondern wir fügen auch gleich die möglichen Fehlbedienungen auch noch mit zu, sodass die auch immer wieder alle genannt wird. Und dann kann man halt immer mal, wenn man Langeweile hat, setzt man sich einfach so an seinen Publisher, guckt sich an so, hm, wo könnte ich denn mal beigehen, ah, hier, da ist was nicht in Ordnung, da. Also es müssen ja nicht immer Fehler sein, sondern nur so Sachen mit, könnte, ja, was weiß ich, dein Podcast ist angeblich 92 Stunden lang, könnte, ja, könnte vielleicht falsch sein, schaust dir mal lieber an, so eine Sachen. Das ist bestimmt ganz spaßig, dann auch so Sachen einzusammeln, worauf man noch so checken könnte, was man also einfach, um so klassische Fehler zu finden, die einen immer irgendwie stören, ja? Ich habe noch eine Frage dazu, gerade wenn Features nachdemokratiert werden, man hat schon Episoden rausgebracht, wo das Feature nicht drin war, also zum Beispiel ein Feld, dass man da eine Übersicht bekommt und sagt, ey, lass auf, wie ist ein Feature, das ist, was man heute drin, in 2013 Podcasts, die es vorher gemacht hat. Genau, super Beispiel, also der Hinweis war, dass ein neues Feature kommen, was man vielleicht in alten Episoden nochmal nachtragen müsste, dass man dann darauf hingewiesen wird, dass man es da nochmal nachtragt, so ein Metadatum, so weiß ich, Aufnahmedatum oder sowas, dass man das später einschaltet, dass man, genau, also um solche Lücken zu füllen, etc. Vor allem könnte das Konfliktsystem auch extrem hilfreich sein beim First Setup, weil wir können halt checken, wenn einfach ganz wichtige Sachen noch fehlen, ja? Schönen Podcast hast du da, wie wäre es mal mit dem Titel, ja? Oder mit so einem Cover-Image macht sich das Ding ja gleich viel besser, so, ja? Und wenn du das schon zu iTunes submittest, warum dann nicht mal eine Kategorie auswählen, all solche Sachen, also es gibt einfach all diese ganzen Sachen, die man immer wieder vergisst und wo es müßig ist, da immer wieder drüber zu schauen mit einer gewissen Erfahrung, das kann man eigentlich viel besser in Code packen und das soll einfach dieses Konfliktsystem machen. Ich würde mir so ein Konfliktsystem für jede Software wünschen eigentlich, die ich verwende, war übrigens auch schon bei Pentabarth ein Feature und hat da immer ganz toll funktioniert. Genau, kann man dann vielleicht auch so mit Notifications verbinden, ja, also so nach dem Motto, wenn was Schlimmes ist, schick mir eine Mail oder so. Dann kommt immer wieder Besserwisser, dein Publisher, hallo, ich bin's, du hast wieder einen Fehler gemacht, ich reib's dir unter die Nase. Genau. User-Interface-Verbesserungen, die wir so auf der Liste haben, vor allem wollen wir das auf Phonik-Interface noch ein bisschen einfacher machen, was auch dringend Feature-mäßig fehlt, ist halt der Support für Multitrack. Georg hat ja schon gesagt, das benutzen zu wenig Leute, könnte auch daran liegen, dass wir da noch keine Unterstützung für anbieten und ja, dass man vielleicht auch so Presets und Formate da auch noch mit reinkriegt, das muss man noch mal so ein bisschen gucken und wie vorhin schon erwähnt, so für Chapter Marks würden wir auch ganz gerne noch ein bisschen User-Interface machen. Wie bin ich eigentlich in der Zeit? Bitte? Ah. Pivik? Das ist eh sch... Okay, ja, weg damit. So, dann kann ich ja gleich noch was zeigen. Jetzt mache ich euch noch mal ein bisschen mundwässrig, also das ist auch noch etwas, was ich gerne haben will. Manche senden ja ihre Podcasts auch live und da hat man immer wieder dieses Problem mit, oh, jetzt müssen wir ankündigen, wann ist denn das und hast du es schon auf Twitter geschrieben und dann, ja, habt ihr nicht einen Kalenderfeed? Ja, müsste ich mal machen, habe ich aber in meinem Google-Kalender irgendwie falsch eingetragen und wo muss ich denn da jetzt was hinschreiben, damit das wo wie auftaucht? immer solche Probleme. Und vor allem, dass Leute davon in Kenntnis zu setzen, ist ja das eine, aber auch Software davon in Kenntnis zu setzen, also auch in maschinenlesbarer Form zu machen, das ist das andere. Live-Sendungen ankündigen heißt halt vor allem, ich tippe halt jetzt eine neue Episode ein, aber sie ist quasi keine Episode, die es schon gibt, sondern es ist eine, die irgendwann kommt. Das heißt, ich gebe ein Datum ein, eine Uhrzeit, hier Sendung, neue Sendung soll kommen, die hat noch keinen Namen, aber es ist halt vermutlich Ausgabe sowieso, könnte sich später nochmal ändern und dann kann man diese Informationen auch in den Podcast-Feed mit reinmachen. Man kann ein Kalender-Feed machen, damit die Leute sich das ganz klassisch auch in ihrem Kalender abonnieren können oder auch vielleicht die anderen Teilnehmer. Vielleicht will man auch seine Co-Kontributoren, also die Leute, die quasi vorgesehen sind, an dieser Sendung zu partizipieren. Könnte man ja auch automatisch vorher nochmal eine Mail schicken, für die Freakshow wäre das zum Beispiel sehr schön, das dann irgendwie einfach eintragen kann. Schickt mal allen, die daran teilhaben, eine Woche vorher und zwei Tage und einen Tag vorher nochmal eine Mail mit. Da ist eine Sendung geplant übrigens und so. Nehmt euch, sagt alle Termine ab. Also solche Mail-Notifications. Und was ich mir natürlich besonders wünschen würde, hier sind jetzt die Podcast-Client-Developer gefragt. in dem Moment, wo ich das halt in meinen Feed reinschreibe, hier wird es eine Live-Sendung geben, die nächste Sendung ist live. Ich frage mich halt immer, wenn diese Podcast-Clients in der Lage sind, irgendwas runterzuladen, abzuspielen, warum sind sie nicht auch in der Lage, die Live-Sendung auch gleich noch mit abzuspielen? Ja, stellt sich natürlich die Frage, woher sollen sie denn wissen, wann eine Live-Sendung ist? Steht im Feed. Also wenn wir das in den Feed reinschreiben, dann sieht der Podcast-Client zwar nicht, oh, da ist eine neue Sendung zum Runterladen, aber er sieht, aber da ist eine Sendung, die wird übermorgen live gesendet. Kann sich selber eine eigene Notification setzen, aufwachen, so auf dem iPhone, da war doch was, mal nachgucken, ach ja, Dings, und dann gibt es halt für den User so eine Sendung, hier in 15 Minuten übrigens das und das. Also so ein bisschen das, was man derzeit so mit diesen Notifications von der Hörsuppe macht und so, das könnte ich mir durchaus vorstellen und es gibt da auch schon einen ersten Ansatz, die sogenannten Streaming-Extensions für Podlove, mit denen man halt sagt, wird dann und dann stattfinden und hier ist übrigens die Streaming-URL und da müsstest du dich dann drauf werfen und dann kann halt der Client selber entscheiden, wie er damit umgeht. Muss man mal gucken, ob sowas populär wäre, ist so eine Sache. Ja, dann Webplayer 3 haben wir ja letztes Mal hier schon ein bisschen angekündigt, also ist ja jetzt auch wirklich gar keine Neuigkeit mehr, dass wir ein Team dran haben, die den komplett neu machen, das ist halt modular, responsive, alles wird gut, schneller, höher, weiter und vor allem soll es halt unsere geplante Timeline implementieren, also sozusagen künftige Metadaten alles integrieren. Vorhin kam das schon mal auf die Frage, aber ich glaube, das war in dieser Entwicklerrunde, das war aber eine gute Frage, deswegen stelle ich mir die hier selber auch nochmal. Warum braucht man eigentlich so ein, warum ist es so wichtig, diesen Webplayer so aufzubohren und eben irgendwie alle möglichen Metadaten unterzuschieben? Das Ding ist einfach, die Webseite ist für den Podcast sehr, sehr, sehr wichtig und zwar in vielerlei Hinsicht. Erstens, es ist wahrscheinlich das Erste, was ein potenzieller neuer Hörer von diesem Podcast sieht. Da wird man mal hingelinkt, hier hör dir mal XY an, dann kommt man da hin und dann will man irgendwie einen schnellen Einstieg haben und so wie dieser Player diese Sendung präsentiert, so nimmt man sie wahr und wenn es gute Shownotes gibt, dann sollten die da halt auch ordentlich formatiert drin sein und wenn es Kapitelmarken gibt, dann sollten die natürlich drin sein. Gut, das haben wir schon, aber der nächste Schritt ist halt auch, wenn ich mir die Mühe mache und zum Beispiel meinen Podcast transkribiere, aus welchen Erwägungen auch immer, also Zugänglichkeit ist natürlich ein Aspekt oder vielleicht geht es auch da drum oder es ist sowieso ein bezahltes Projekt und man kann sich einfach so eine Transkription leisten, dann hat man ja auch den Vorteil, dass man dann nach Inhalten suchen kann, ja, such mal nach dem Wort sowieso, ah, das taucht dann in den Podcast auf, klick und dann springt der Player gleich an die entsprechende Stelle, das sind alles so Sachen, die man einfach wunderbar damit machen kann und damit erfüllt natürlich der Player auch diesen wunderbaren Effekt von Podcasts, dass Podcasts nicht nur toll und spannend sind, wenn sie neu rauskommen, sondern häufig ja auch noch sehr lehrreich sein können, wenn man sie Jahre später nochmal hört, weil sich eigentlich an dem Thema, ja, die Geschichte von XY im 16. Jahrhundert so viel nicht geändert hat, aber man trotzdem nochmal die tolle Stelle finden wollte, wo über irgendwas geredet wird und so findet man das auch. Das alte Internetproblem, man findet schnell irgendwelche Sachen, aber man findet nichts wieder, dem muss da halt an der Stelle irgendwie was gegengehalten werden und da bin ich halt voller Hoffnung, dass wir das mit dem neuen Webplayer und der Timeline und entsprechenden Modulen für Chatlogs, Transkripte und anderen Wahnsinn da sehr gut umsetzen können. So, dann hatte ich ja noch die Breaking News. Beim letzten Mal haben wir diesen kleinen Freund veröffentlicht, den kennt ihr jetzt wahrscheinlich alle, den Subscribe-Button, der war da noch ganz neu und dann haben irgendwie alle angefangen, den mal unterzubringen und ich habe jetzt leider keine aktuellen Zahlen von Ben, der übrigens leider nicht hier sein kann, weil er dummerweise seinen Urlaub gerade noch über dieses Wochenende gelegt hat, aber das letzte Mal, als wir gezählt haben vor ein paar Wochen, hatten schon irgendwie weit über 500 Podcasts diesen Button irgendwie auf ihrer Homepage. Das ist ein bisschen schwierig zu zählen, weil wir sehen halt, wo der überall geladen wird, aber dann muss man ja noch unterscheiden und dann muss man die Podcast-Verzeichnisse rausrechnen und so, aber da sind wir uns relativ sicher. Vermutlich ist die Zahl schon höher. Wer von euch von diesem Subscribe-Button jetzt noch nichts gehört hat, das ist übrigens auch ein expliziter Wunsch hier Deutschland-Radio-Abteilung. Also eure Anleitungen, wie man einen Podcast abonniert, die sind gefühlt von 1980. nehmt doch mal unseren tollen Button. Bitte? Was? Sind wir auch? Ja, nee, nee, war ja auch kein Vorwurf, aber wir haben diesen Button gemacht, um das Abonnieren von Podcasts ganz einfach zu machen und ich finde, es ist auch sehr einfach und hier großer Dank auch nochmal an Ben, weil auch bei diesem Button ist einfach die Fehlerrückmeldung extrem gering. das Ding funktioniert einfach wirklich wahnsinnig gut und wir haben, glaube ich, gut 90 Prozent aller wirklich, wenn nicht sogar noch mehr, aller wirklich benutzten Podcast-Clients unterstützt und jetzt müssen wir noch Pocket-Cars in Windows Phone noch hinzufügen, das werden wir nächste Woche machen. Besonders wertvoll, denke ich, ist der Button für Podcast-Direktories. Wenn ich es richtig sehe, die Hörsuppe hat den Button überall schon drin, das ist schon mal super. Wie sieht das eigentlich bei PodB aus? Kommt noch, okay. Das wollte ich hören. Deswegen habe ich hier auch schon ein Fragezeichen dahinter gemacht. Ich habe auch gehört, dass Podcast.de, das machen wir, also der Button kommt jetzt in Verzeichnisse und das ist natürlich super, weil da findet man halt Podcasts und dann ist es halt zum Abonnieren wirklich nur noch ein oder zwei Klicks entfernt und das ist ja auch gut so, wie man in Berlin sagt. Überhaupt müssten wir eigentlich auch noch mal eine Session zu Podcast-Verzeichnissen machen, das ist auch noch mal ein spannendes Thema, aber jetzt vielleicht noch mal so zum Ende. Es gibt noch ein paar technische Neuerungen, wie man diesen Button integrieren kann, also um das mal ein bisschen zusammenzufassen und auseinanderzusortieren. Also immer die Frage, so Button, schön und gut, aber wie kriege ich den auf meine fucking Webseite? Wenn man den Podlove-Publisher hat, also wenn ihr mit dem Publisher arbeitet und es geht um den einen Button für euren Podcast, einfachster Weg, man geht einfach in diese Appearance-Widget-Menü, was auf Deutsch so schön Design heißt, da gibt es so ein Widget, also da sagt man einfach hier, Podcast-Subscribe-Button, dieses Widget ab in den Sidebar, abspeichern, fertig. Und dann ist der da und dann ist der immer aktuell und die Beschreibung stimmt immer und das Logo ist da und alles ist super. Das ist der einfachste Weg. Wenn man den Button jetzt irgendwo in so einer Seite unterbringen will in WordPress, also in so einer Page, wo man darüber schwadroniert, wie das mit dem Abonnieren ist und so oder sonst irgendwo noch hinzufügen will, dann gibt es da einfach so einen Shortcode, also eckige Klammer auf, Podcast-Subscribe-Button, fertig, ist die Laube. Und wenn man mit Templates arbeitet und irgendwie findige Listen von Podcasts im Netzwerk aufbauen möchte oder sonst irgendwie, kann man den Subscribe-Button jetzt auch mit Templates erzeugen. Also auch da, hier ist der Podcast, mach mir den Button zu dem Dings und mit einem einzigen Tag hat man diesen Button in der Webseite. Also das ist schon mal der einfachste Methode, den eigenen Podcast reinzubringen. Jetzt gibt es natürlich noch das Problem, nicht jeder verwendet den Podlove Publisher, wohl aber vielleicht WordPress und benutzt noch irgendein anderes System. Podpress, Powerpress, you name it, aus welchen Gründen auch immer. Oder man möchte einen Button für einen anderen Podcast reinbauen, so zum Beispiel eine Seite mit meine Lieblings-Podcasts. Kannst du hier direkt auch gleich abonnieren. Ja, präsentiert sich ja auch schön so mit Logo. Warum nicht auch gleich an der Stelle nicht nur einen Link auf die Webseite, sondern einfach direkt so einen Button mit anbinden. Und da gibt es jetzt ein neues Plugin, das Podlove Subscribe-Button, WordPress-Plugin, hat Alex geschrieben. Und da fehlt ja dann sozusagen der Kontext mit den Feeds und so, aber das sind ja die Informationen, die man sich sowieso in der Regel immer zusammenholen muss. Und dann gibt es auch dafür ein Widget und ein Shortcode. Das heißt, man trägt einfach in so eine Liste all die Podcasts, die man gerne aufführen will, einmal ein und dann sagt man an irgendeiner anderen Stelle so und den, den ich da konfiguriert habe, da einbauen und hier vielleicht auch nochmal einbauen. So, ganz einfach, schickes, kleines Plugin. Auf der technischen Ebene, wenn man jetzt selber irgendwie irgendwelche Content-Management-Systeme hackt, Drupal, keine Ahnung und da quasi direkt HTML-Code erzeugt, kann man halt wie von Anfang an den Subscribe-Button einfach als iframe reinbauen, dann geht es halt auch. Da muss man halt die ganzen Metadaten als Parameter übergeben und einfach halt so wie sonst auch hostet, also dass der Code quasi von unserem Server kommt. Das hat den Vorteil, dass er immer aktuell ist. Und dann gibt es ja noch die Aluhüte, die wollen immer alles selber haben, dann kann man sich das ja von GitHub runterladen und dann geht es auch. Aber da muss man halt auch selber dafür sorgen, dass das Ding aktuell ist. Und bei Popular Requests, weil manche Leute ja auch unser schöner bunter Button noch zu bunt ist, kann man jetzt auch an so einem normalen Text-Link einfach noch so einen JavaScript-Call ranhängen, dass wenn der gecallt wird, dann geht auch der Button auf. Und das sollte eigentlich jetzt für alle reichen. Also es gibt sehr wenig Gründe, diesen Button nicht zu verwenden jetzt. So, ja, Labs muss man ja haben heutzutage, wenn man irgendwie zukunftsorientiert sein will. Bei uns gibt es da gerade so das Forschungsprojekt von Lasse. Wo ist Lasse? Lasse ist da hinten irgendwo und winkt. Manche von euch werden sich vielleicht erinnern, ich habe auf der letzten Republika und auch vor einem Jahr auf dem Workshop mal so eine Vision formuliert mit dieser Matrix. Das ist ein bisschen over the top, aber ich finde die Ideen nach wie vor gut. Also es ist deshalb over the top, weil es einfach eine Menge Arbeit ist. Aber haben will ich das trotzdem. Was ist das? Kurz gesagt, die Matrix ist ein Metaverzeichnis aller Podcasts, aller Veranstaltungen, einfach von allem, was in irgendeiner Form Multimedial Inhalte vermittelt. Also es ist was irgendwie Sendungen sind. Ob es Radio ist, ob es Fernsehen ist, was auch immer im Netz rumliegt, und es liegt ja eine Menge rum, man findet es bloß nicht. Warum nicht? Weil man sucht halt irgendwie bei Google und dann kriegt man halt irgendwas, aber wenn man genau weiß, nach was für einer Art Medientyp man sucht, dann könnte es einem ja auch einfacher gemacht werden. Sprich, wir müssen, um diese Vision zu erreichen, ein System haben, wo wir in der Lage sind, auch diese ganzen Podcast-Feeds selber zu konsumieren. Bisher erzeugen wir die ja nur und werfen sie anderen zum Fraß vor. Hier brauchen wir ein System, wo wir selber Feeds einsammeln und auch mit diesen ganzen Unwägbarkeiten der Feeds da draußen, die ja teilweise sehr unterschiedlich sind, umgehen kann. Deswegen baut Lasse gerade an so einem Validator, das ist so quasi ein System, was überhaupt erstmal Feeds einliest und checkt. Es gibt nämlich derzeit eigentlich nicht so viel. Es gibt diesen Cast-Feed-Validator, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht, also der Feed-Validator, der ist furchtbar, aber der Cast-Feed-Validator, der ist für Podcast optimiert, der ist schon ganz gut, der entwickelt sich auch gerade, das ist parallel, aber wir wollen das halt selber haben als Technologie und so ein System machen, wo man einfach Feeds reinschmeißt und was halt einen Fehler aufzeigt, aber eben auch sagt mit, hier kannst du besser machen, mach doch mal so, hier könntest du ja noch das Feature einbauen, macht sich auch immer ganz gut, nicht nur immer so dieses, ja okay, du hast zumindest nichts falsch gemacht, sondern auch so hin zu, wir könnten uns das auch noch besser vorstellen. Das ist auch so ein bisschen der Versuch, so eine Hygienestruktur einzuführen, wo Leute auch ihre Qualität so ein bisschen verbessern können. Und vor allem wollen wir so ein System halt so bauen, dass das Ding so eine API hat, dass man halt immer aus dem eigenen System nach draußen gehen kann und sagen kann, ich publiziere hier übrigens gerade ein Feed, kannst du mal regelmäßig mal gucken, ob der noch okay ist, ist der überhaupt erreichbar, ist vielleicht bei mir irgendein Plug-in durchgedreht, ist was kaputt, kann ja immer mal sein, passiert auch regelmäßig und das ist sozusagen etwas, was hier mit drin ist. Mal gucken, da geht die Entwicklung langsam voran, aber beständig, vielleicht haben wir da beim nächsten Mal schon ein neues zu berichten. Letzte Zusammenfassung, das sind halt so diese Formate, an denen wir arbeiten oder ich zumindest viel Gedanken reinstecke, die schon millionenfach erwähnte Podlove-Timeline oder vielleicht sollte man auch von Annotations sprechen, ich weiß noch nicht so ganz genau, Streaming-Extensions, wie vorhin schon erwähnt, der Versuch, Live-Sendungen anzukündigen, Syndication-Extensions ist jetzt sehr technisch nicht so wichtig, da geht es mehr darum, um Feeds selber noch besser erkennbar zu machen, im Web-Checksummen und sowas einzufügen und ich glaube, das geht so ein bisschen in deine Richtung, Janett, Feedback-Extensions, das ist so eine Idee, auch Feedback-Systeme zu unterstützen, weil wenn ich jetzt einen Podcast habe und sage mit, hier guck mal, neue Medien zum Runterladen sind total toll und heißen so und sehen so aus, warum soll ich nicht auch gleich noch sagen, ach übrigens, und wenn du mir Feedback geben willst, dann kannst du ja diese Methode benutzen für Kommentare in Text oder in Audio, dass man einfach sagt, okay, also wenn dir nichts Besseres einfällt, dann schickst du auch einfach an diese E-Mail-Adresse, die entweder immer dieselbe ist oder man hat vielleicht eine pro Episode und die wird dann weitergeleitet an die Leute, die da in dieser Sendung waren oder keine Ahnung, das kann man ja beliebig kompliziert machen und dann kann der Client halt selber entscheiden, ob jetzt Text oder Audio genommen wird und dann schickt man einfach eine Mail und da ist halt Text oder Audio drin oder beides, stelle mir das halt so vor, ich höre so einen Podcast und dann so, oh, Sie haben, jemand hat was Falsches gesagt im Internet, ja, must respond, so, kurze Pause, Podcast-Client aufgemacht, dicke fette Feedback-Taste, leuchtet schon auf, weil er weiß ja, wie es ist und dann sage ich halt Antworten und dann so, hey Siri, sag Ihnen, Sie sind alle Idioten, so, vielen Dank für den Kommentar und schwupps geht so eine E-Mail raus, ja, die sich ja auch schön offline buffern lässt und so, da muss man halt in dem Moment kein Internet haben, sondern man speichert das erstmal in seinem Smartphone und wenn man das nächste Mal wieder ein Netz hat, schwupps geht die E-Mail raus und dieser hochqualifizierte Kommentar bleibt im Podcast dann nicht vorenthalten, das ist doch schön, oder? Ja, Ausbauen kann man das vielleicht auch noch mit so ein paar anderen Sachen, das ist so etwas, was mir so ein bisschen vorschwebt, dass die Leute nicht unbedingt immer nur meckern, sondern dass sie auch Sachen empfehlen, dass man halt auch feststellt, ah, hier die Stelle war ja lustig, dass man dann so gleich sagen kann, ja hier von da bis da und schickt das dem Podcast an das System, kriegt das quasi so als Vorschlag mit, hier, dein Hörer ist der Meinung, dass diese Stelle vielleicht empfehlenswert ist auch für andere und vielleicht ist das dann auch wieder etwas, was in den Webplayer reingehen kann, vielleicht kann man das auch in den Feed reinwerfen, dann lädt man sich den langen Podcast runter und der Client sagt, ah ja, hier ist der lange Podcast, nur vier Stunden Freakshow, das kriegst du doch schnell weg, aber wenn du nur den Lacher des Tages hören willst, der ist übrigens bei eine Stunde 39, so, könnte man ja machen, so viel könnte man machen, und es gibt genug zu tun, das war's, das ist das Potluff Update, ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß damit, wir haben nach wie vor viel Spaß damit. Danke. Applaus 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 Applaus